So, ah, der Checkpoint ist geil gesetzt. So, das ist unser dritter Stern, ich glaube von fünf, ne? Es waren bis jetzt, glaube ich, immer fünf Sterne, die wir sammeln müssen. Relativ kurze Unterrichtsstunde, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier alles mögliche? So, ein Wingardium Leviosa, den wir natürlich nicht hinkriegen, weil der da hin muss, und dann geht bestimmt da das Ding auf. Das gibt's doch nicht! Jetzt aber. Na bitte, so, Animation. Ach, herrje, was machst du denn jetzt? Ah, okay, der bewegt sich nach unten. Rennpotter! Na, den kriegen wir nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich drunter stehen bleibe. Ach so, gar nichts. Praktisch. Gut, dann, äh, gehen wir mal rüber. Und, äh, dann gehen wir hier rüber. Und, äh, ja, dann gehen wir nach links. Äh, da ist ein Bild, was wir bestimmt nicht öffnen können, aber hier dieser... Wasserspeier. Ja, der sagt uns doch schon, dass der nämlich jetzt hier Folgendes macht. Genau. War klar. Wusst ich von Anfang an. So. Kann man hier wirklich nichts? Mensch, das ist doch Hoppots. So. Jetzt gehen wir nämlich einfach so und hier. Und dann machen wir nämlich mit dem, was der Spar ja folgen ist. So, hier das Bild so kann man auch nicht öffnen. Was ist das denn? Naja. Nett, dass wir die ganzen Sachen nicht nochmal machen müssen. Allerdings müssen wir von der anderen Seite kommen. Ha! 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 Er hat kommen gesagt. So, denn wir müssen... Oh, 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 oh. Ui, 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 so. Nummer vier. Und. Da ist Nummer fünf. So, erst einmal hier im Kreis laufen, ob hier nichts ist. Ich hab so ein bisschen Angst hier. Da kommt doch jetzt ein Boss dran. Mensch. Ich möchte ja nichts sagen. Ich bin die Spar. Ich will ja wirklich nichts sagen, aber wir haben sehr wenig Leben. Wir haben eigentlich gar kein Leben mehr. Na. Ich find die Bosskämpfe doch schon ganz schön. Also, ich find das Spiel echt gar nicht mal schlecht. Das muss man einfach mal gesagt haben. Das Spiel ist nicht schlecht. Sag mal, du hast aber auch nichts Besseres. Au. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in den Haufen. Tot. Ähm. Dann sammeln wir uns mal hier die Kröte auf. Ähm. Das Spiel ist echt nicht schlecht. Hallo, Momora. Also, ne. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ich bin heute... Also, alle Folgen, die ihr bis jetzt gesehen habt, wurden alle an einem Tag aufgenommen. Der Hammer, oder? Weil es so viel Spaß macht, dass ich da einfach weiterspielen will. So. Jetzt muss ich mich nochmal anders hinsetzen, weil ich krieg hier gerade ein... Ja, mein Bein fällt ab, wenn ich jetzt hier da Blut und so, ne. Das ist gemein, dass der in der Zwischensequenz Leben abzieht. Du bist auch hässlich. Sogar hässlicher als wie ich. Die Leute sagen, du wirst frischt in einem Zug. Flip Henni. Flip Henni. Ha. Leider. Flip Henni. Jetzt. Und jetzt war's das schon. War's das schon? Geht's lang? Oder kommen wir von hier? Ich glaub, von hier kommen wir, ne? Yep. Gut. Gut, dann müssen wir bestimmt nach... Ähm... Äh... Nach... Ähm... Nach... Hier. Das geht bestimmt jetzt auf. Mein Gott. Ja. Ah, okay. Oh, der bewegt sich. Der bewegt sich. Der bewegt sich. So. Jetzt müsste das eigentlich ein guter Punkt sein. Ach, was weiß ich denn? Ich weiß doch nicht, wo ich den muss. Natürlich, klar. Absolut kein Problem. So. Oh, gut, dass ich nach, äh... Links gegangen bin. War ja gar keine schlechte Entscheidung. Wir müssen... Äh... Äh... Erstmal diese Kröte einsammeln. Dann da hinten die Truhe. Ach, komm, jetzt ist mir das auch egal hier. Oh, diese zwei Truhen sogar. So. Das läuft ja perfekt. Mensch, ich bin zu gut. Ne, da geht's garantiert so lang. Wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Und schauen mal, was da so ist. Ah, der fasst kopfnose leg. Hi. Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Ja. Schlauer Junge. Du hast meinen geheimen Schlafplatz gefunden. Hihihi. Wo ist der? Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Ja, was auch immer. Äh... Hä? Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen? Ähm... Okay. Okay. Kein Problem. Gerne. Immer wieder gerne. So. Mensch. Jetzt langsam wird's aber auch... nervig. Ähm... Was ist das denn? Sieht ja aus wie... bei Star Wars oder so. Ach, guck mal. Ja, hallo, redest du mit mir? Pech. Neville. Pech. Ach, Neville. Das Spiel ist schon so schlauchig. Da kann man sich doch eh nicht verlaufen. Da oben geht's noch lang. Ah, okay. Hier, Neville. Ich helf dir raus. Neville, komm mit. Uuuhh. Ah. Boah, Kamera-Move. Neville, komm mit. Na, oder geh weg. Auch gut. So. Gefährlich, Hogwarts, ne? Hier ist einfach mal so Abgründe. Da kann man, äh, schon mal sterben. So. Liebes Spiel. Oh, 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 okay. Deswegen. Hm, okay. Erstmal den Wasserspeier aktivieren. Da brauchen wir es nämlich nicht, falls wir sterben sollten. Erpi derp. Und wo macht das was? Natürlich hier. Oben. Da heißt er, hi. Mensch. So, der kommt hier im Kreis gesegelt. Das ist schön. Ja, ich weiß es. Ja. Danke. So, dann begeben wir uns hier über die Brücke nach links. Und dann, ja, einfach hier mal im Kreis, ne, würde ich sagen. Vielleicht ist hier noch was. Zum Beispiel so ein Schokofrosch. RIP! Und dann... Hier nochmal lang. Bild angucken. Hier ist nur ne Truhe. Hier könnte aber auch mal langsam wieder so ne Bildkarte sein. Finde ich. Ist es aber nicht. So, jetzt... Oh, perfekt. Uiuiui. So, jetzt können wir also... Oh, oh. Jetzt können wir also nur warten. Stehen und warten. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen hier. Obwohl ich sehr riskant, glaube ich, stehe. Okay, alles gut. Du hast alle Sterne eingesammelt. Hm. Ja. Und ich finde so langsam könnte das Spiel mal gern Ende gehen. So ganz, ganz langsam vielleicht. Also ich mein, ne. Tolles Spiel, aber irgendwann ist dann auch mal genug. Das habe ich doch schon alles eingesammelt. Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Wir hatten gerade einen anderen Unterricht, Mann. Es ist deren Schuld. Nicht unsere. So, anscheinend müssen wir hier durch diese Tür. Oh, Indie-Katakomben. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Sorry. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine berühmte Heilweg nicht. Fünf Strafpunkte für Gryffindor. Nein. Potter, geh in die Karka und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaum, Rinde, Blumenlauch, Dipptack und Flubberbaumschleim. Bereil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafenpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Okay. Dufe Situation, aber... Es hört sich... Es wäre zu einfach. Ähm, aber ich glaube, das Spiel bereitet uns gerade auf den Bosskampf vor. Ich wollte gerade sagen, es wäre zu einfach. Nur mal Interesse halber. Wir speichern die jetzt mal. Und nur mal so... Okay, wir sterben. Alles gut. Ich dachte mir gerade, Mensch. Wir fallen da so runter. Boah, der Snape, der Arsch. Aber ich wollte sagen, ich wollte sagen, das Spiel bereitet uns bestimmt auf den Bosskampf vor. Im Finalen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie der so aussehen wird. Äh, keine Ahnung. Aber ich glaube... So ein mega Heil-Power-Trank und... Der... Dings gegen die böse Magie. Das hört sich... Scheiße. Nee, ich glaube, war gut. Äh, das hört sich schon ganz so danach an. Dachte erst, ich hätte mich jetzt verschoben. Aber nee, so gemein ist das Spiel nicht. So. Denn alles, was ich machen muss, ist hier vor die Wand laufen. Ich brauche noch etwas springen. Ich kann sogar im Menü Autospringen aktivieren. Gut, dann haben wir eine von... Vier Zutaten. Perfekt. Was wäre denn jetzt passiert, wenn ich nicht da drauf gestanden hätte? Naja, egal. Speicherbuch. Ich habe ein bisschen Angst. Da war was. Ja je. So. Eine Wildkarte. Das sieht so aus wie so eine Kräuterhexe oder Barkeeperin. Ich bin für Barkeeperin. So, dann schauen wir mal. Hier, wer hieß denn das? Woher mal da ist sie. Eldora Catteridge, 1656 bis 1729, entdeckte die Verwendung von Dierhandhurtskraut, als sie ihren Kopf in ein Eimer Wasser steckte, wobei sie allerdings fast ertrank. Ne, erstickte. Naja gut. Ist ja ähnlich. Guck mal, guck mal, guck mal. Voll, voll. Okay. Vielen Dank.